Machen wir gar nicht lange rum, denn ich habe so was von Bock über die Geräte zu reden. Dann ist es so selten, dass ich in nur einem Video so drei dermaßen geile Produkte auf einmal habe. Und deswegen auch schon mal direkt vorweg, ich kann alle drei Probleme uns empfehlen. Uns geht heute auch weniger darum, welches jetzt das Bessere oder Beste ist, sondern welches für euch und gerade für euren Einsatzsekt, weil der sich von Gerät zu Gerät hier ein bisschen unterscheidet heute, eben das Passendste ist. Auch die Stärken oder Schwächen könnten ein bisschen unterschiedlich sein. Wobei, das ist für mich heute das Schönste. Schwächen gibt es nicht wirklich, deswegen gibt es auch heute keinen Gemäcker. Deswegen auch ein durchweg nahezu positiven, permanent hypenden Damir. Ist mir persönlich auch der Liebste, den ich allzu oft gibt. Wenn wir eigentlich schon von oft reden, nicht unbedingt oft, aber eben mal wieder hier im Video vertreten, wäre der Kegas T3 Pro. Kostet nur 95 Euro, habe ich eben in dem passenden Test eben als mein Highlight bezeichnet. Der hat mich klanglich sowas von aus den Socken gehauen. Hat sich auch nichts daran geändert. Das ist immer noch ein absolut geiles Ding, das ich absolut empfehlen kann. Aber ich habe eben jetzt mittlerweile eben sehr starke Konkurrenz bekommen, die ich euch einfach mal vorstellen würde. Und die könnte eben eventuell für euch eben noch besser sein. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, für meinen Einsatz weg ist es sogar der Fall. Welcher genau das dann ist, sage ich euch noch später. Hätten wir es hier einmal mit dem Kegas HP03 zu tun. Der kostet 112 Euro. Auch 112 Euro kostet der FX Audio Tube 5. Das ist allerdings von allen drei der einzige, der über den HiFi College Shop über Amazon in Deutschland erhältlich ist. Der kostet gerade 115 Euro. Die anderen oder auch eben alle drei könnt ihr über den normalen HiFi College Store bekommen. Dauert halt der Versand. Ich weiß nicht, bei mir war es immer so knapp eine Woche. Aber da gab es eben Leute, die sagen, gibt es das nicht aus Deutschland. Bist du Befürchtungen und so weiter. Ab und zu gibt es die Geräte auch über den deutschen Shop, aber momentan wäre es halt nur der. Behaltet es einfach mal im Auge. Aber wenn ihr halt sagt, nee, ein Portgerät kommt für mich nicht in Frage und so weiter. Habt ihr halt definitiv was verpasst, weil die Dinger sind einfach nur geil. So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal Stück für Stück nochmal durch alle drei durch und dann gehen wir auf den ganzen Rest noch einen. Bei dem hier könnte ich mich ein bisschen kürzer halten, weil ich schon mal getestet habe. Aber damit das Video halt komplett bleibt und ich mir sowieso die Zeit einfach nehmen möchte, fangen wir mal mit dem T3 Pro nochmal an. Einmal haben wir hier einen Kippschalter von OFF auf BT auf RCE. Dann für die Beleuchtung der Tubes 3,5 Klinke. Dann Bass-Travel und auch Volume-Regler. Dann haben wir hier die Bluetooth-Antenne, Line-Out RCA, äh Line-In, Line-Out in Klinke-Form und eben, weil es der einzige auch ist, der Lautsprecher befeuern kann mit 80 Watt und dann auch in DZ. Das ist auch der einzige, der noch ein Netzteil hat. Die anderen haben nur so ein kleines, wie ihr es eben vom Handy oder sonst sehen könnt. Also einfach mal im Hinterkopf behalten. Dann der Kegas HP-03, auch 3,5 Klinke, hat der noch ein Display, ich zeige euch das nachher noch. Dann Infrarot-Empfänger, weil der eben auch mit einer Fernbedienung herkommt. Lautstärkeregler und Select-Taste. Dann auch eben Tubes und der hat hier eben jetzt Balanced Ein- und Ausgänge, was super nice ist. Hat auch eben noch Bluetooth. Wie jetzt aber auch schon hier in dem Test, müsste ich halt sagen, ja, es gibt leider kein USB oder optisch oder so weiter. Aber in dem Preis wahrscheinlich einfach nicht machbar. Aber die Verarbeitung ansonsten ist nice. Auch schon wie bei dem hier, alles solide. Hat sie jetzt ein bisschen blöd angehört. Dann Füße, die sehr gut rutschfest sind. Die Tasten hier klappen nicht wirklich, aber das ist ja auch kein Gerät, das hier durch die Gegend schüttelt. Dann. Der Tube 5 kommt auch mit einem Fernbedienung daher. Auch mit dem Display. Der allerdings noch mit 6.3 neben der 3.5er Klinke. Lautstärkeregler. Auch mit dem Druckschalter, also ist es auch kein analoger Regler. Dann auch die Tube. Der hat jetzt halt kein Bluetooth, aber eben Line-In und Line-Out. Aber eben auch nicht Balanced. Also der würde jetzt für manche vom Lieferumfang am schwächsten aussehen. Dafür ist er allerdings von der Power der stärkste mit eben einem Watt. Weil der hier hat 130 Millilivatte, der hat 120 und der hat halt ein Watt. Das ist halt der Riesenunterschied. Und das ist eben auch schon der Punkt, weil ich gesagt habe, der Einsatzwerk ist unterschiedlich. Das ist der Einzige, den ich im Prinzip uneingeschränkt für, ich sage jetzt mal, nahezu alle gängigen Kopfhörer, also Over-Ears empfehlen kann. Bei denen, In-Ears gar kein Thema, aber in Sachen Over-Ears gibt es dann da halt eventuell teilweise Limits. Aber auf das Ganze gehen wir später noch ein bisschen ein. Möchte ich euch eben noch mal kurz zur Bedienung ein paar Worte sagen. Gerade auch wegen der Fernbedienung und was die für Features haben. Weil bei dem sieht man ja einen Tonregler und dann denkt man, ja, die haben das nicht. Nee, haben sie schon. Keine Sorge. Dass es hier kein Display gibt, sondern nur die Beleuchtung, müssen wir da auch nicht drauf eingehen. Aber ihr seht, einmal orange und dann noch grün. So, machen wir den mal an. Der fährt kurz hoch. Über die Lautstärke-Tasten könnt ihr dann auch groß sichtbar die Lautstärke sehen. Geht von 1 bis 99. Allerdings war es das nicht, denn Fernbedienung. Select könnt ihr zwischen Balanced, RCA und Bluetooth wechseln. Mute ist Mute, könnt ihr euch wohl denken. Was ich jetzt super finde, ihr habt direkten Zugriff eben auf Bassregelung. Von, also, plus 10 bis minus 10. Und das gleiche gibt es dann auch beim Treble. Allerdings gibt es hier noch ein kleines Zusätzchen im Vergleich zu den Tonregler. Denn hier gibt es noch einen Equalizer. Einmal Soft, das ist so leicht bassbetonter. Dann gibt es noch Rock, Clear. Aber im Prinzip, was ich am liebsten nutze, ist Tone. Denn hier gibt es noch so ein wirklich, wirklich praktisches Feature. Denn ihr könnt Hi-Fi einstellen. Hi-Fi wäre im Prinzip der pure Ton. Wobei Hi-Fi auch hier durch das Treble noch verstellt wird. Aber stellt ihr von Hi-Fi auf Tone On. Tone On habe ich so verstanden, wie das dann, also, diese Tonregelung ist. Wobei, wie gesagt, die auch bei Hi-Fi tut. Aber Tone hat nochmal leichten, spritzigeren Sound. Also, das ist so noch leichten Boost drin. Wie ihr es vielleicht von manchen Handys kennt, wenn ihr Adobe Atmos habt. Aber ist wirklich extrem dezent. Aber hat so einen leicht frischeren Touch, was ich mache. Dann eben Lautstärkeregelung. Und dann eben Display ein und aus. Wobei das Aus ja nicht so viel Sinn ergibt. So, das wäre es zu der Verdienung gewesen. Die vom FX-Audio ist nicht ganz so praktisch. Aber vom Display fast ein bisschen übersichtlicher. Denn ihr seht hier auch, falls ich es im Fokus hätte, die Lautstärke könnt ihr drehen. Dann könnt ihr die hier auch auf die Feature zu kommen. So, und jetzt haben wir hier einmal Input. Seht ihr so, es gibt Tube und Default. Dazu komme ich gleich noch. Dann gehen wir nochmal zurück. Lange drücken ist dann aus. Machen wir es lieber, die Fernbedienung ist praktisch. Und das ist eben das Geile, wenn man eine Fernbedienung hat. So, drücken wir drauf. Und jetzt würdet ihr natürlich denken, unten ist rund der Menü. Nö, ist nicht, ihr kommt wieder raus. Also ihr müsst da nur mit rechts zu links handeln. Finde ich persönlich ein bisschen blöd. Ihr könnt hier einstellen RCA und HP. Also Headphones. Dann Treble stellt ihr jetzt halt so ein. Ihr drückt drauf. Und jetzt könnt ihr auch von plus 10 bis minus 10. Übrigens, falls euch das ähnlich vorkommt. Also ich glaube, das ist allerdings nur eine Vermutung. Da ist FX-Audio und Kegas wahrscheinlich so vom gleichen Überkonzern sind. So kommt mir das Ganze vor. Und dann habt ihr das Ganze auch beim Bass. Es gibt einen Dimmer. Und daneben Monitor. Also ob das Display an oder aus geht. Die zwei unteren Tasten machen hier nichts. Weil das ist so eine Standardfernbedienung. Ich habe die gleiche von irgendeinem anderen FX-Audio-Gerät nicht. Und drückt am besten nicht Amp, weil dann funktioniert die Fernbedienung nicht mehr. Weil die muss gekoppelt werden. Ist ein bisschen unständig gewesen. So, kurz zu RCA und Tube. Es soll so sein. Laut den Werten hat RCA leicht bessere Noise Ratio. Also ich weiß nicht genau, wie dieser Wert heißt. Bei 130 statt bei 110 oder so weiter. Also die Werte sind ein kleines bisschen anders. Ich könnte da jetzt mal nachgucken. Wenn ich denn meine Maus kurz finde. Aber im Prinzip spielt es nicht wirklich eine Rolle. Wenn ich jetzt da. Also gerade die THD plus NN im Tube-Modus wäre bei 105 Dezibel. Wo sie halt beim RCA-Modus oder beim Direct-Modus bei 114 wäre. Aber ich muss persönlich sagen, ich höre zwischen den beiden nicht wirklich einen Unterschied. Dann habe ich es lange mal probiert. Und ich muss es, vielleicht bilde ich es mir auch schon ein, einfach sagen, dass ich glaube, Tube ein ganz kleines bisschen höhenbetonter war. Und ich habe auch einen anderen, so eine Rezession gesehen. Da sagte einer, vielleicht haben die das falsch beschrieben, was das sein soll, der Unterschied und so weiter. Weil RCA kann keinen Unterschied hören. Also wenn er da ist, ist er wirklich extrem dezent. Weil ich könnte euch mal vorlesen, wie die das beschrieben haben. Aber es macht nicht wirklich Sinn. Also ist es ja auch egal. So, das wäre es jetzt dazu. Was ich vielleicht noch nebenher erwähnen müsste. Die Tube wird deutlich heißer. Weil die zwei werden eigentlich gar nicht warm. Die wird schon ordentlich heiß. Liegt allerdings wahrscheinlich auch daran, ich habe mich fast verbrannt, dass hier eben ein Watt ist. Und nur, dass ihr wisst, weil das hat letztens einer erwähnt. Ja, das ist ja nur der Vorverstärker ist über Tube. Der eigentliche Verstärker dann für den Kopfhörer ist noch digital. Ja, natürlich. Weil das wäre dann für den Preis nicht mehr machbar. Noch kurz was bei dem Praktisches. Der ist wirklich praktisch. Und jetzt kommen wir kurz auf das Einsatzgebiet. Wenn ihr Kopfhörer nutzt, gerade eben auch Stärkere und eben Line-Out. Weil, wenn ihr einen Kopfhörer drin habt, bleibt die Lautstärke gespeichert, steckt die aus, habt ihr eine separate für den Line-Out. Weil bei den anderen ist es so, dass ihr eine Lautstärke habt. Und habt ihr zum Beispiel bei Kopfhörern, seid ihr irgendwo bei 70, ist das Ganze sehr, sehr laut. Steckt die dann aus und habt Lautsprecher dran, dann sind die Lautsprecher halt laut. Weil das halt nicht separat ist. Deswegen, wenn wir kurz zum Einsatzgebiet kommen, sage ich euch kurz mal, welches ich wie einschätzen würde. Bei dem hier würde ich sagen, in erster Linie, wenn ihr hauptsächlich In-Ears nutzt, jetzt nicht übertrieben stark, aber doch, also ein Hi-Fi-Man aneinander war kein Problem, Over-Ears. Aber eben, und das ist, weil es halt dafür da ist, wahrscheinlich am ehesten für ihn passend, auch noch Lautsprecher, passive. Behaltet es mal im Kopf. Weil den hier würde ich so einschätzen. In-Ears auch, Over-Ears, weil er hat zwar nur 10mW weniger, aber wahrscheinlich ist die Vorverstärkung geringer, er spielt ein gutes Stückchen leiser. Denn ich musste hier beim Anander schon, also bei meinen hohen Pegeln, muss ich allerdings zugeben, so auf 90 bis 92, klang auch noch alles stabil und so. Es war nicht so, dass er verzerrt hat. Aber bei dem war ich hier vielleicht gerade mal bei der Hälfte. Wobei ich jetzt sagen muss, nochmal die Hälfte hoch ist jetzt nicht doppelte Lautstärke, weil er nach da kaum noch zunimmt. Aber der hatte noch einiges mehr, also überraschenderweise mehr Reserven, ob trotzdem 10mW, als der hier. Der hatte halt wiederum den Vorteil, dass er balanced hat und auch noch Bluetooth. Also das ist für mich, dazu komme ich später allerdings noch, den, den ich jetzt eben gerade auf der Couch hauptsächlich fürs Kopfhörer nutzen werde. Weil die Lautsprecher, die ich habe, kann er antreiben. Meistens sind es eben auch In-Ears. Und dann hat er eben die Bluetooth-Funktion, was praktisch ist. Er hat er auch. Und den, weil er halt die Lautsprecher-Funktion hat, werde ich halt wahrscheinlich eben auch für meine Lautsprecher nutzen, für meine Pieger. Weil er mir in dem Bereich super gut gefällt. Und der wäre halt super für alle, die eben ein bisschen mehr Power bei den Kopfhörern brauchen. Die auch 6,3 nutzen wollen, weil das finde ich ein bisschen blöd bei denen. Weil ich habe nahezu keinen Kopfhörer mehr, der direkt 3,5 hat. Deswegen muss ich da teilweise über zwei Adapterkabel gehen. Ist ein bisschen blöd. Aber der hat halt den Vorteil mit der separaten Line-Out. So, jetzt gehen wir kurz auf den Klang und so weiter an. Und da kommen wir eben einfach nochmal kurz, weil ich das doch recht wichtig finde, ist das Grundrauschen. Der hier hat gerade mit Sensiblen, wenn ihr bei der Lautstärke seid, also schon sehr laut, kein wirklich feststellbares Rauschen. Und sobald ihr dann oben ihr es habt, merkt ihr da eigentlich nichts von. Also es ist da, aber nicht wirklich hörbar. Und da bin ich schon eigentlich pingelig. Deswegen bei dem sage ich nein. Bei den anderen zwei kann ich das nicht ganz so. Weil bei dem Kegas ist es so, mit sensibleren Kopfhörern, also In-Ears hört man es. Ich persönlich finde es jetzt noch nicht nervig. Allerdings habe ich es eben beim Musikhören so, dass ich das Rauschen ja nicht höre, weil ich Musik höre. Würde ich den jetzt, sage ich mal, am PC hören und dann öfter mal halt keine Musik laufen haben, dann könnte es eventuell schon ein bisschen störend sein für manche Leute, die da ein bisschen niedrig sind. Weil die cleansten sind vielleicht, ich weiß nicht, ob es an den Tubes liegt oder daran, weil es halt Budgetgeräte sind. Aber es ist nicht wirklich störend und mit dem Over ist es dann gar kein Problem. Der in etwa hat, glaube ich, ein vergleichbar lautes Rauschen wie mit dem. Aber auch eben, gerade weil er mehr Power hat mit Over ist und so weiter, spielt es meiner Meinung nach auch keine Rolle mehr. So, jetzt kommen wir kurz zu den Klangunterschieden. Die sind recht gering und deswegen habe ich auch gesagt, die Unterschiede sind es nicht im Klang, die es ausmachen, sondern eben von der Funktion, von den Features, denn klanglich würde ich es so einschätzen. Na, switchen wir doch wieder zurück. Meine Nummer 1, wenn es jetzt rein vom Kopfhörerklang her geht, Lautsprecher kann ich nicht sagen, weil es der einzige ist, ist das meine Nummer 1. Einfach weiter ab Werk, ich gehe jetzt vom Ab-Werk-Sound ab, den größten Sparkle hat. Eine super Betonung, super musikalisch, halt alles, was ich in dem Test gesagt habe, könnt ihr euch ja gerne nochmal ansehen. Bei dem ist es jetzt halt so, direkt ab Werk, wenn ich im High-Film-Modus bin, ohne Tone-Controls, ist er sehr nah an dem dran, hat vielleicht nicht ganz so dieses ganz, ganz, also das ist echt ein extremst kleiner Unterschied, auf den gehe ich gleich noch rein, vielleicht so dieses ganz musikalische, vielleicht obenrum nicht ganz so viel Sparkle. Aber sobald ich bei dem eben in Tone-On gehe, würde ich sagen, sind es schon 99, 95% vielleicht gleich. Und sobald ich dann, also zumindest für meine Empfinden, dann noch plus 1 im Treble gehe, das ist die richtige Fernbedingung, ja, dann hat er dieses bisschen Sparkle, dass der Mäh hat eventuell schon ausgeglichen und noch ein bisschen geboostet. Und gerade mit dem Sennheiser i900, mit denen ich sie hauptsächlich gehörte, gefällt mir dann sogar noch besser. Hat aber für mich eben den Vorteil, und das ist eben der Grund, wieso er für Kopfhörer den hier für mich ersetzt hat, ist, weil die Lautstärkeregelung einfach fein ist. Weil der hat eben 100 Stufen und da finde ich genau immer die feine. Und der, ich weiß nicht, wie viele er hat, ich habe es ja nicht gezählt, ich würde mal vielleicht sagen 60 oder so, aber der hat halt gerade in dem Bereich, wo ich höre, dieses 1 ist ein bisschen zu leise und 1 laut rein schon ein bisschen zu laut. Das ist mit Over-Ears gar kein Ding mehr, aber ich höre in letzter Zeit eher In-Ears und deswegen das. Also dieses, ich sage mal, ab Werk, dass er mini, und das möchte ich einfach nochmal betonen, minimalst hinterher ist, gleicht er mit Tone und bei meinem Fall eben mit Plus-1-Revel schon wieder aus. Beim FX-Audio ist es jetzt so, der ist ab Werk im Vergleich zu den drei im Bassbereich ein kleines bisschen voller, so ein, nicht bosnig oder so, also qualitativ immer noch top, aber ein bisschen betonter, dafür allerdings im Mitten- und Höhenbereich ein kleines bisschen schlanker. Deswegen ist jetzt der Übergang von Bass zu eben Höhen nicht mehr ganz so da. Ihr könntet das allerdings auch eben, weil der einem auch Tone-Control als Problem, das auch wieder ausgleichen. Dann eben auch im Tube-Modus, wo er auch schön brillant ist, wobei der, würde ich sagen, im Mitten- und Höhenbereich vielleicht noch der neutralste ist, weil die setzen da noch so ein bisschen Sparkle drauf, was ich positiv finde, aber die, wo es halt analytisch korrekt neutral haben wollen, vielleicht nicht so. Aber wenn ihr dem jetzt zum Beispiel ein bisschen Bass rausnehmt oder den Rest, vielleicht erhöhen, erhöhen macht keinen Sinn, weil die schon klar genug ist, vielleicht ein bisschen Bass rausnehmen oder ihr wollt es ein bisschen voller, ist der auch super geil, weil es ist auch super musikalisch. Und gerade wenn ihr ein bisschen mehr Dampf braucht im Bassbereich, hat der den halt. Und deswegen habe ich da eigentlich doch schon gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe gedacht, das Video wird eigentlich deutlich länger, aber wahrscheinlich, weil halt dieses ganze Negative, was ich sonst immer erwähne, hier nicht vorhanden ist. Ja, würde ich sagen, fasse ich einfach nochmal alle drei zusammen. Der FX-03, also der hier, nein, nicht FX-03, KGAS T3 Pro. Ich komme mit den ganzen Bezeichnungen in letzter Zeit ein bisschen durcheinander. Richtig geil. Easy Empfehlung, habe ich schon gesagt. Für In-Ears, Kopfhörer allgemein, weil er mehr powert, super geil, aber eben mit der Option auf eben passive Lautsprecher, was da wahrscheinlich bei mir den Einsatz bekommen wird. Der KGAS ist momentan gerade, ich will nicht sagen, dass er besser ist, weil für alle die sagen, ja, du hast doch den so gehypt, den T3 Pro, dann ist ja der nochmal besser. Rein Klangqualitativ ab Werk eben nicht, aber für mich, weil ich im Alltagshören nicht auf dieses letzte kleine Fitzel bisschen Wert lege, kann ich ihn mir aber gefälliger machen. Ich habe auch Bluetooth, ich habe eben die Möglichkeit per Fernbedienung, was wirklich, muss ich sagen, so ein Comfortability-Feature, so Ease of Use, ich kann einfach von Weitem die Lautstärke regeln. Noch ein bisschen Bass, wenn ich es mal will, ein bisschen Höhen dazu oder eben die Klangregelung und so weiter. Deswegen ist es gerade momentan den, den ich am meisten nutze. Soll allerdings nicht heißen, dass es auch deswegen der Beste ist. Und für euch sowieso kann es wieder anders aussehen. Der Tube, wie gesagt, für alle, die mehr Power haben wollen, die es ein bisschen voller haben wollen, die eben auch passive Lautsprecher anschließen wollen über den Line-Out oder was auch immer sie da anschließen wollen und da eben separate Lautstärke. Das könnte auch schon einen Unterschied ausmachen. Zumal der dann auch eine Fernbedienung hat. Wie ihr schon gesehen habt, nicht ganz so praktisch, aber gerade Lautstärke hoch, runter und so weiter. Was er halt leider nicht hat, das ist so das kleine bisschen, was mir fehlt für meinen Einsatz auf der Couch, ist Bluetooth. Kann man mit einem Dongle nachrüsten und wer eben auch, sag mal, USB oder vermisst oder Sonstiges. Was ich genutzt habe, ist, weil ich ihn zum Testen auch bekommen habe, ist, das kann ich einfach nur nochmal empfehlen, falls das mal im Fokus wäre. Na? Ja, jetzt, wo es zu spät ist. FX-Audio, der F03, kostet 30 oder 40 Euro. Ist vielleicht verhältnismäßig sogar viel, aber ich muss sagen, das Ding klingt hammergeil. Komischerweise müsste ich einfach nochmal nebenher wählen. Mit meinem OnePlus direkt angeschlossen ist es ab und zu mal passiert, von, sag ich mal, 20 Sessions, 3, 4 Mal, dass auf einmal der Sound total verzerrt hat und alles Mögliche. Aber es muss er in meinem Handy gelegen haben, weil ich habe den drei oder vier Wochen an meiner Anlage gehabt, den FX-Audio, über einen PC halt, und da hat er das nie gehabt. Aber das Ding hat eine extrem hohe Auflösung, einen wirklich detailreichen, aber eben auch musikalischen Sound. Also FX-Audio und Kekers, die machen hier echt einen überraschend guten Job. Also Kekers ist für meinen Geschmack noch ein bisschen besser, weil ich habe noch ein paar andere FX-Audio, die mich nicht ganz überzeugen können. Also das ist momentan das einzige FX-Audio-Gerät, neben dem F03, das mich so richtig überzeugt. Aber der FX-03, muss ich sagen, für einen Dug für 40 Euro, klingt klanglich, also für mich nicht wirklich, also vielleicht nahezu nicht unterscheidbar zu dem Topping D70 Octo, den ich getestet habe. Weil ich habe den eine Weile genutzt mit meinem Amp, klang super geil, dann habe ich den Octo genommen, weil der halt eben einen Trigger hat. Minimal tiefere Bühne, aber also das Ding, Dynamik, Auflösung, Klarheit und so weiter und so weiter, richtig gut. Und 40 Euro, wenn ihr eben nur mit USB als Eingang klarkommt, mit einem RCA Out, aber dafür keinen extra Strom braucht, und das Ding ist super klein und kompakt, kann ich auch empfehlen. Deswegen, sogar vier, damit habe ich nicht mal gerechnet, vier geile Produkte, die ich heute empfehlen kann. Welchen ihr jetzt kauft, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren wissen, weil ich weiß, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen, ich weiß, ein paar haben den schon gekauft, und die paar, viele waren es nicht aus dem Grund, weil viele nicht meine Videos gucken, wobei das waren sogar verdammt viele, und die waren alle richtig begeistert von dem Ding. Ich bin es nach wie vor. Aber das benutze ich jetzt nicht als dummes YouTube-Thumbnail. Die drei sind der Star des Videos heute, ich bin es sowieso nie, aber deswegen kommen die aus Thumbnail. So, ich hoffe, das war hilfreich. Ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020